Guten Morgen zusammen. Ich stehe heute mal hier an der Weser, nachdem ich die letzte Nacht auf dem Köterberg verbracht habe und bin auf dem Weg in eine Stadt, die ich mir hier anschauen möchte und bin jetzt hier an der Fähre Polle gerade angekommen und wollte euch das Ganze hier mal zeigen, weil auch diese kleinen Örtchen im Kreis Lippe, wie hier zum Beispiel Polle, auch die ein oder andere schöne Sehenswürdigkeit haben. Und das sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Ich filme gerade mit dem Handy mal wieder, weil die Kamera Probleme macht. Das hatte ich ja jetzt schon zu häufig. Ich bin auch auf der Suche nach einer neuen, ist aber momentan aufgrund der bekannten Lage, was Chips angeht, gar nicht so einfach, das zu kriegen, was man will. Daher diese Kurzvideos momentan, die ich einfach so zwischendurch hochlade und euch dann zumindest ein bisschen an meiner Tour teilhaben lassen kann. Also, macht's gut. Euer Markus aus Polle.